Wie wäre es, alter Schragen, wenn Du mal die Brille putztest, um ein wenig nachzuschlagen, wie Du Deine Zeit benutztest? Oftwohl hätten Dich so gerne weiche Arme warm gebettet, doch Du standest, kühl von Ferne, unbewegt, wie angekettet. Oftwohl kam's, dass Du die schöne Zeit vergrimmtest und vergräultest, nur weil diese oder jene nicht gewollt, so wie Du wolltest. Demnach hast Du Dich vergebens meistenteils herumgetrieben, denn die Summe unseres Lebens sind die Stunden, wo wir lieben. Ende von Summa Summarum Aufgenommen von Bettine ! Vielen Dank.